Einen wunderschönen guten Morgen allesamt. Ich bin's wieder, Viktor, euer einzig schwarzer Metzgermeister hier aus Bayern der Pfalz. Bis jetzt noch. Ich hoffe, euer erster Advent hat gut angefangen. Wenn nicht, behelfe ich euch dabei. Unser Adventskranz, Fleisch, Wurst, Rohbeißer in Kombi. Die machen wir auf Wunsch. Zwei, drei haben wir zwar ab Dienstag in der Theke ausliegen, aber die restlichen machen wir so wie gesagt auf Wunsch. Die Rohbeißer sind herzhaft in verschiedenen Varianten. Ob mit Pfefferbeißer, Chilibeißer oder Paprika. Und dann halt die Fleischwurst ganz klassisch, sanft im Biss und schön saftig. Also ich hoffe, ich habe euer Sonntag, erster Adventssonntag etwas versüßen. Ist schlecht gesagt. Ist ja nicht süß, aber ja, etwas verschönern, verbessern können. Und ihr habt eine Vorfreude auf den kommenden Dienstag. Also ab dem kommenden Dienstag, wenn wir aufmachen, fangen wir damit an. Zwei, drei haben wir in der Theke ausliegen. Meine Frauen können mit Sicherheit die Rohbeißer etwas besser positionieren, als ich es getan habe. Das war jetzt halt nur mal so pro forma, wie sie aussehen sollte, aussehen kann. Ihr entscheidet, ob ihr wie gesagt Pfefferbeißer, Paprikabeißer oder Chilibeißer drin haben wollt. Ja, und das war's. Ich möchte euch nicht länger aufhalten. Wir sehen uns ab nächster Woche wieder und wie ich schon immer gesagt habe, ihr seid die Klügsten, die Besten, Schlausten. Ihr seid unsere Leute da draußen. Einen schönen ersten Advent. Tschau.